1.19 zu diesem Video mal wieder ein VfB aktuell. An diesem Montag gibt es von mir hier einen hoffentlich kurzen Rückblick zur Mitgliederversammlung des VfB, gestern am Sonntag, den 18.07.2021 ab 11 Uhr in der Mercedes-Benz Arena mit am Ende grob 1700 Mitgliedern. Da ich selbst nicht da war, berichte ich hier nur aus der Beobachterperspektive von Twitter und Co. Links wie immer in der Videobeschreibung. Schön ist, dass Mario Gomez für seine großen Verdienste um den VfB mit der Verdienstmedaille in Gold mit Rubin ausgezeichnet wurde. Er wurde zugeschaltet. Ein großer Teil waren auch die Redezeit der Mitglieder, die generell sehr gut ankamen. Es war auch ein schönes Zitat von Hitzesberger dabei, das wir glaube ich alles unterschreiben können. Ein Kanchanter Junge kann auch in Kinshasa geboren worden sein. Eben ein Statement zu Silas. Vermeldet wurden natürlich auch Zahlen, beispielsweise ein Umsatzeinbruch von über 74 Millionen Euro. Schön ist aber, dass durch Maßnahmen wie Gehaltsverzicht und so weiter 18 Millionen Euro gespart wurden. Hitz und Vogt haben zusammen auch nochmal transparent die Datenaffäre aufgeklärt und um Entschuldigung gebeten. Dann die Entlastungen für das Jahr 2019. Hitz und Vogt wurden entlastet, Dietrich und Geiser nicht. Das auch alles recht deutlich. Genauso deutlich wie die 92,95 Prozent für die Änderung der Vereinssatzung eingereicht von Ron Merz. Diese bringt, dass Mitglieder im e.V. des VfB nicht gleichzeitig eine ehrenamtliche oder bezahlte Tätigkeit in der AG und deren Tochtergesellschaften ausüben dürfen. Dann nach stundenlanger Mitgliederversammlung ging es an die Wahlen. Die Abstimmungen haben auch bis auf anfängliche Schwierigkeiten funktioniert, also kein WLAN-Gateway 2019. Der Vereinsbereit zieht nun wie folgt aus. Sport und Verein wird durch Dr. Marc Nikolaj Schlecht, Kai Engler und Werner Gast besetzt. Mitglieder und Fans durch Rainer Wenninger, Bernadette Martini und Susanne Schosser und Wirtschaft und Gesellschaft durch Prof. Dr. André Bühler, Michael Astor und Martin Bietzer. Ins Präsidium gewählt wurden Rainer Adrian und Christian Riedmüller mit wahnsinnigen 95 Prozent und 96 Prozent. Was auch die gute harmonische Stimmung bei Mitgliedern zeigt, ist auch, dass der Beschluss für die Erhöhung des Mitgliederbeitrags mit 80 Prozent akzeptiert wurde. Auch historische Zahlen erreichte dann Klaus Vogt, der doch wenig überraschend die Wahl zum Präsidenten gewann. 92,25 Prozent erreichte er. Glückwunsch da an alle, die gewählt wurden. Vorbei war dann die Vorstellung gegen 20.45 Uhr, also eine fast zehnstündige MV, die wohl endgültig die oft benannten alten Seilschaften beendet hat. Der letzte große Name für viele ist dann nun auch am heutigen Morgen gefallen, fast wie Dietrich 2019 damals. Aufsichtsrat Wilfried Port legt sein Amt nieder. Der VfB hat nun soweit, wie die Fans und Mitglieder im Verein sehen können und wie es auch aus der Sicht auf mich wirkt, ein hoffnungsvolles Team am Start und damit beste Voraussetzungen, daraus was zu machen. Gewählt wurde für vier Jahre, deswegen klare Message. Macht was draus, Jungs. Hervorzuheben sind für mich hier auch nochmal die Jungs vom STR-Podcast, die gestern auch sehr, sehr nice insgesamt siebenmal von der Mitgliedervorsammlung aus Info-Updates auf YouTube gestreamt haben. Ja, und damit eure Meinungen rein in die Kommentare zur MV. Wart ihr vor Ort? Was sagt ihr zu den Entscheidungen? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.